Hey, Willkommen auf meinem Kanal, Marcel. Dafür zuerst erstmal und zwar gibt es heute ein neues Projekt und zwar ein Nachfolger von Minecraft Hardcore von mir und zwar den zweiten Teil weil ich ja leider verreckt bin im ersten Teil So, das ist jetzt mal eine andere Sache Warum bin ich hier auf dem Baum? Wir sehen da ist ein Dorf Was ich auch gleich dazu sagen möchte zu dem Projekt, ähm wir spielen jetzt mit der neuesten, ich gebe das Sackerl das ganze ist in der was erst rauskommt, experimentiv die Dorfbewohner graden jetzt auch anders als vorher noch nur dass ihr bescheid wisst Weißer hab ich gerade ein bisschen gesehen, dass wir das machen können Deswegen dachte ich, hopp, ja, machen wir das Weil das halt, finde ich, interessant ist Weil wir natürlich gleich die neuen Features hast So wie eine 1.20 Ach, 1.20 irgendwas rauskommen Juhu, erstmal plündern gehen Oh, Spänchen Ja, ich spiele mit einem Textpack und mit Fresh Animations Und ja, falls ihr fragt ich spiele auf der Dialektion Österreichisch Das ist ja reichig So Wir bauen jetzt, äh 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 Wie wir das machen Aber ich vermute mal, wir holen jetzt die Steine und so Das ganze Tötenfeld an Eisengolem So minimal Ja, mal schauen Jetzt mal das Holz verkraften Äh, gibt's irgendwas, ich nicht unterbauen kann, sonst So, ach Nee Und dann, wir machen es einfach da und dann, wir machen es einfach da und dann gerne Teil runter So, ich glaube, ich hab jetzt den Dorf ansiedeln Weil ich hab das Dorf relativ gut für den von mir zumindest Meinen Dorf erlebt, weil du halt viele Sachen hast wie ressourcen und so Weil du noch mehr Schutz und Eisenkolem hast Also minimaler Schutz, wenn du mit Eisengolem mehr hast Sonst hier einfach alles ausleuchten Ja, sonst zieht Ein wichtiges Zielschirm jetzt, dass ich mal alles ausleuchte Nee, da sollte man weniger Wots da gibt Das wär wichtig So hoch da Ja, guck, hier Jetzt schiebt mich die Kuta weg Hallo Kuh, weg da Du musst mich nicht wegschieben Komm, jetzt brauche ich eine Fackel gar nicht, weil hier ist Optifine auch aktiviert Oh, ich hab dazu eigentlich keine Fackel Oh, ich hab dazu eigentlich keine Fackel Allgemein also so Ich leuchte das aus meiner Hand Das ist ja relativ cool Dann Hallo so keiner gesehen okay wenn es keiner gesehen hat und ist super zeugen sind schuss hatte ich vorher schon wir haben auch gerne sogar ein farmer ein farmer ist auch gut 3 für ein pet für neues man kann die video bett behalten ok jetzt kann ich jetzt machen Machen wir es auch gut, zwei Betten sind auch gut, so, und dann sonst noch, was meine Höhle ist und eine Wasserhöhle schon wieder, ich nehme mich jetzt auch lieber, sicher sagen wir mal, das Wasser über die Hand, wenn ich renne, falls irgendwas ist, wenn ihr es noch saven könnt, meinen Ball, meinen, eh, water, MLG, so, 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 ich rede auch einmal, so, Aber ich kann hier leider auch nicht. So, warte mal. Oh, mein Handy ist an. Schwimmen wir vielleicht doch noch mal zurück. Vorher jetzt nicht. Oder was? Guardian. Nee, wie heißt die? Pridens. Kommt und mich halt sehr lieb hart, wenn man so sagen darf. Weil die Guardians sind so Viecher, die die meisten, die aus Liebe draus sind. Daher. Ui. Und wieder. Wenn man verkauft, hat man davor auch noch Weizen verkauft. Wollte haben. Wenn man Weizen verkauft, ist ein eigenes. Oh. Oh. So, als Pfeilmacher brauche ich einen Pfeilmacher. So, nochmal als Pfeilmacherteil. Das ist, ähm, Rüstungsschmiede. Ich weiß nicht wie das. Und das war den. Die haben das ja auch nicht. Das war so. Wie das heißt das auf Tisch? Willi. Soooom. Also mal schnell. Dieses. Ah. Brauche ich nur dieser Zeit. Die alten Rezepte kann ich fast auswendig aber die neun. Die neun habe ich halt keine Ahnung wie, was, wann. So. Ganz minimal ersetzt. Hallo Wilfried, wer wohl bist du? So. Jetzt wird erstmal die Nerven. So. 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 . So. 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 so.